Und von der sechsten Stunde anwalt eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunten Stunde schrie Jesu laut und sprach. Und um die neunten Stunde schrie Jesu laut und sprach. Mein Gott, mein Gott, warum hast du nie verlassen? Etliche Abo, die das stunden, da sie das hörten, sprachen sie. Und bald mit ein oder ihnen nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen. Halt, halt, das Sehle, auf Elias kommen und die Hände. Aber Jesu schrie, aber mal laut. Unverschie. Halt, halt, das Sehle, auf Elias. Untertitelung des ZDF, 2020